Du kannst mir nicht die Post von Edwards Tod bringen. Die bringe ich bald. Lebt wohl. Wie laut? Edward. Edward. Hedeln. 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 Spencer, ein Freund, er ist aus gutem Hause. Soll man dich lieben? Fürchten? Nimm mein Siegel schon und verdamm und heil ich in unserem Namen! Nicht eurer liebe Freundes, mein Lieber! Soll man dich lieben?